Wofür steht der Basispreis eines Optionsscheins? Mit einem Call-Optionsschein auf einer Aktie erwerben Sie das Recht, die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis kaufen zu können. Dieser besagte Preis ist der Basispreis. Dieser Basispreis kann unter, über oder auf dem aktuellen Kurs der Aktie liegen. Von Ihrer persönlichen Wahl des Basispreises hängt auch der Preis des Optionsscheins ab. Je weiter der gewählte Basispreis über dem aktuellen Kurs der Aktie notiert, desto niedriger erscheint der Optionsscheinpreis. Gleichzeitig ist dabei das Gewinnpotenzial, aber auch das Risiko des Call-Optionsscheins höher. Je weiter der gewählte Basispreis unter dem Kurs der zugrunde liegenden Aktie notiert, desto höher erscheint der Preis des Call-Optionsscheins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017